Preacher Curls. Lehne dich über die Kante drüber, greif den Griff oder die Hantel und bringe deine Achsel so nah wie möglich an den Winkel heran. Presse deinen Oberarm so stark wie möglich gegen das Hantelpad und beuge bzw. strecke deinen Ellenbogen. Du kannst beim Beugen dein Schultergelenk etwas nach vorne heben und beim Absenken dein Schultergelenk etwas weiter zurück wandern lassen. Das verstärkt einerseits die P-Contraction, also die Spitzenkontraktion und andererseits die Dienposition.